Hallo, willkommen zur Graphematik-Vorlesung Woche 2. Wir sprechen über Phonetik als eine wichtige Grundvoraussetzung für die Besprechung von Graphematik. Die Übersicht wie jede Woche. Wir werden uns ganz kurz anschauen, welche Organe an der Artikulation von Lauten beteiligt sind, im Deutschen zumal. Wir werden uns überlegen, wie Vokale und Konsonanten verschiedener Art artikuliert werden, wo das geschieht im Sprechapparat, welche Konsonanten und Vokale es im Standard des Deutschen gibt. Ich entscheide mich da dann für eine Variante des Standards. Und das ist natürlich für viele wahrscheinlich eine Wiederholung. Ich hoffe, das ist einigermaßen widerspruchsfrei zu dem, was Sie vorher schon mal gelernt haben. Und wir fangen einfach an. Lassen Sie mich an der Stelle einen kleinen Hinweis geben. Wir beschäftigen uns in dieser Vorlesung mit den Lauten, die wir im Deutschen so hören. Diese Laute, das sind die kleinsten Einheiten, mit denen wir uns in der Phonetik und Phonologie beschäftigen. Es gibt zwar noch einfachere Konzepte, zum Beispiel Merkmale, aber was den zeitlichen Verlauf angeht, So haben wir es bei diesen Lauten oder eben Segmenten, wie ich die nenne, mit den kleinsten Einheiten zu tun, die in der Analyse vorkommen. Für diese Laute gibt es Zeichen im Alphabet der International Phonetic Association. Sie werden dieses Alphabet in dieser Vorlesung natürlich nicht komplett lernen können. Dafür fehlt uns die Zeit und die Möglichkeit zu üben. Aber achten Sie einfach mal darauf, jeder Laut, den ich bespreche, wird irgendwann mit einem bestimmten Zeichen, die meisten sehen aus wie Buchstaben, eingeführt. Und wenn Sie diese Gesamttabelle nehmen, dann finden Sie da tatsächlich für jeden Laut, den wir so in Sprachen der Welt haben, eine Möglichkeit, ihn zu verschriften. Wir unterscheiden in der Phonetik zwischen Artikulationsarten und Orten. Das ist so die basalste Unterscheidung, die wir machen. Und das hat damit zu tun, wie die Organe funktionieren, die an der Sprachproduktion beteiligt sind und wo die sind. Die Artikulationsorgane sehen Sie hier einmal schematisch dargestellt. Da haben wir einmal das Zwerchfell unterhalb Ihrer Lunge. Das brauchen Sie, um Luft durch die Lungen im Grunde rein- und rauszupumpen. Darüber die Lungen. Dann kommt die Luftröhre, die zwischen Lunge und Kehlkopf liegt. Dann der Kehlkopf und dann sind wir eigentlich schon im Bereich oberhalb des Kehlkopfes, wo es dann interessant wird. Im Rachenbereich, da wird schon artikuliert. Dann in der Mundhöhle und die Nasenhöhle ist dann indirekt an der Produktion bestimmter Laute beteiligt. Das ist im Wesentlichen schon alles. Also diesen Bereich von Organen brauchen Sie, um zu artikulieren, um zu sprechen letzten Endes. Im Mundraum passiert dann besonders viel. Da haben wir einmal die Zunge, dann haben wir die Zähne, die beteiligt sind. Lippen sind, wie man ja auch schon sieht, an der Sprachproduktion beteiligt. Und dann hinter den Lippen und den Zähnen haben wir verschiedene Bereiche des Gaumens. Da haben wir den Zahndamm, das ist hinter den Zähnen diese Treppenstufe, diese harte. Dann kommt der harte Gaumen. Dann hinten ein Stück weicher Gaumen. Das können Sie merken mit Ihrer Zunge. Da merken Sie, da ist ein weiches Stück. Und dann kommt das Zäpfchen. Dieses weiche Stück, das ist das Velum oder Gaumensegel. Dann habe ich eben schon gesagt, die Nasenhöhle, da kommen Sie rein, wenn Sie am Zäpfchen vorbei nach oben gehen sozusagen. Die ist auch an der Produktion bestimmter Laute beteiligt. Das ist jetzt im engeren dann der Mundraum und welche Teile des Mundraums Sie auch gerade im Deutschen auch sehr aktiv zur Artikulation benötigen. Das waren jetzt ungefähr die beteiligten Organe. Wir kommen jetzt dann erstmal zu den sogenannten Artikulationsarten. Und da sind die Konsonanten eine der wichtigen großen Artikulationsarten, die sich aber dann noch unterteilen lassen. Und die Frage ist, was ist überhaupt eine Artikulationsart und was sind Konsonanten? Wir schauen uns einfach Beispiele an. Sie sehen hier am Wort Anfang jeweils Konsonantenzeichen, aber da ist auch phonetisch dann jeweils ein Konsonant dahinter. Pole, Bohle, Tank, Dank, Gilt, Kilt. Dann das gleiche, auch Konsonanten. Fee, Weh, Heißer, Heißer. Hier geht es nicht um den Wort Anfang, sondern um das S und S im Wort Inneren. Schlich, Jubel. Da geht es um das Ch und J. Bach, Rune. Alles Konsonanten. Wir gehen die gleich noch der Reihe nach durch. Pfanne, Zirkus, Matsch. Da haben wir besondere Konsonanten. Mus, Nuss und Gong. Da haben wir hier am Wort Anfang bzw. am Wort Ende die sogenannten Nasalen. Sie sehen es vielleicht schon oder Sie hören es vielleicht. Was wir auf jeden Fall hier an diesen Beispielen sehr gut beobachten können, ist, dass es Laute gibt, die stimmhaft sind und welche, die stimmlos sind. Was heißt das? Pole, Bohle. Wenn Sie sich dabei an den Kehlkopf fassen, merken Sie, dass da eine Vibration irgendwann einsetzt und die setzt bei Bohle deutlich früher ein. Denn Ihr Kehlkopf ist in der Lage, Stimmton zu produzieren. Da vibrieren die Stimmlippen und das erlaubt es Ihnen zum Beispiel auch zu singen, bestimmte Töne zu produzieren, nicht bloß Geräusche. Bei Pole und Bohle haben Sie P und B am Anfang. Die unterscheiden sich eigentlich nur darin, die sind ansonsten völlig identisch, aber sie unterscheiden sich darin, dass bei B der Stimmton eigentlich schon während des Konsonanten einsetzt. Bei dem Vokal setzt er dann sowieso ein. Das gleiche gilt für Tank und Dank. Das gleiche auch bei Kilt und Gilt. Und dann Fee, Wee, da hört man sehr schön, weil diese Laute, die wir dann auch noch besprechen, wie F, W, S, 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 kontinuierlich artikulierbar sind. Sowas wie P, Pole, das ist ja einfach dann vorbei. Das macht einmal P und dann ist es vorbei. Aber sowas wie Fee und Wee, das kann man auch strecken. Und da merken Sie es dann ganz deutlich. Fee, Wee, da merken Sie bei dem W ist die Stimme schon während dieser Konsonant artikuliert wird, ist die Stimme schon an, sozusagen der Stimmton läuft. Pfanne, Zirkus, Matsch, da können wir das nicht demonstrieren. Da gibt es die entsprechenden stimmhaften Varianten nicht. Und sowas wie Mus, Nuss und Gong, diese Nasalen, die sind immer stimmhaft. Da kann ich Ihnen nicht vormachen, wie ein M oder ein N oder N ohne Stimmton klingt. Aber Sie sehen, bei einigen ist das durchaus ein relevanter Unterschied, ob Sie nun Tank oder Dank sagen, da macht der Stimmton die Bedeutung aus. Das war also der Stimmton, der vor allem als Merkmal, dass Laute unterscheidet, bei den Konsonanten relevant ist. Jetzt schauen wir uns weitere Konsonanten an. Knack, Gegen, Chaot oder eben Chaos, Anfang, Über, Ohne, Ur. Wichtig in der Phonetik ist, dass Sie sich diese Wörter alle auch selber einmal vorsprechen und versuchen nachzuvollziehen, was ich Ihnen jetzt hier vormache und Ihnen dann erzähle. Was Sie hier nämlich sehen, sind allesamt Plosive. Diese Konsonanten, die ich jetzt gerade so überbetont habe, das sind Plosive und das sind so Laute, von denen ich eben gesagt habe, die passieren einfach, da ploppt es einmal und dann ist vorbei. Denn die werden alle auf die gleiche Weise artikuliert. Sie stellen irgendwo einen Verschluss her in Ihrem Mundraum oder Ihrem Rachen und den lassen Sie los. Dann knallt es einmal kurz, in Anführungsstrichen knallt es und dann ist der Laut auch vorbei. T, K, B, D, G. Das ist dasselbe in Stimmhaft. Jetzt steht da irgendwo immer dieses Fragezeichen bei 8 und 9. Chaot, Anfang, Über, Ohne, Ur. Ich behaupte, da befinden sich jeweils phonetisch gesehen Plosive, also Konsonanten, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie einen Verschluss herstellen, den lösen, dann knallt es einmal kurz, dann geht es irgendwie anders weiter. Chaot, Anfang, Über, und zwar passiert dieser Plosiv im Kehlkopf. Ihre Stimmlippen schließen sich und werden dann schlagartig geöffnet in der Art eines Plosivs. Das machen wir an ganz bestimmten Stellen, die vorhersagbar sind. Und deswegen schreiben wir den nicht. Aber Sie merken, wenn ich am Anfang, am Ende und an anderen Stellen von Wörtern diesen Plosiv nicht artikuliere, dann klingt es irgendwie etwas komisch. Haben Sie das gehört? Das klang irgendwie seltsam. Das klang wie jemand, der einen leichten Akzent hat, vielleicht aus dem Französischen oder sowas. Also bei uns sind da Plosive an diesen vorhersagbaren Stellen, also zum Beispiel am Wortanfang, wenn da ansonsten ein Vokal kommt. Das sind aber alles auf jeden Fall Plosive. Verschluss, Verschlusslösung, es knallt kurz und weiter. Andere Konsonanten haben wir eben auch schon gesehen. Das sind diese, die man so halten kann. Das sind die sogenannten Frikative. Die haben wir auch in Bus und Sahne, jeweils stimmlos, stimmhaft. Bäche, Joch. Das ist eigentlich in Joch dasselbe wie in Bäche, nur Joch, das ist stimmhaft. Manche sprechen das auch anders aus. Ich weiß, das wird auch manchmal anders beschrieben. Bei ganz vielen Sprechern des Deutschen ist das aber ein Frikativ. Bache und Rasen, da haben sie Ch und R. Das ist auch artikulatorisch dasselbe, außer dass das eine stimmlos und das andere stimmhaft ist. Das sind Frikative, Reibelaute, wie man auch sagt. Da stellen sie irgendwo eine Verengung her in ihrem Artikulationsapparat. Dann geht da die Luft durch und durch die Verengung entsteht so ein Reibegeräusch. Und das ist bei allen diesen Lauten so. F, W, S, S, Z, J, 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 R. Das ist doch schon mal was. Da sehen Sie, wie man doch eigentlich sehr effizient verschiedene Arten von Konsonanten beschreiben kann. Ohne dass man diese blumige Terminologie dann benutzen muss. Das ist ein harter Laut und ein weicher Laut. Was heißt das denn? Jetzt wissen Sie genau, was das heißt. Dann haben wir diese kleine Klasse von Konsonanten, die es nur in stimmloser Variante gibt. Pfanne, Topf, Zange, Schlitz und Matsch. Und wenn Sie das denn so sagen, Chips. Ach so, und dann haben wir noch Dschungel. Das sind sogenannte Afrikaten, die bestehen aus einem Plosiv plus einem Frikativ. Das heißt, sie haben einen Verschluss, dann lassen sie den los und dann lassen sie es an derselben Stelle noch mal kurz rauschen. P und F ergibt P, P, ein Vorgang. Das sind die sogenannten Afrikaten mit Doppel-F-Bitte. Die haben nichts mit Afrika zu tun. Jetzt sind wir mit den Konsonanten immer noch nicht fertig. Wir schauen uns an Licht und Ball. Es geht um den Anfang und das Ende dieser Wörter. Licht, Ball. Das sind sogenannte Approximanten. Da haben wir im Wesentlichen im Deutschen auch nur den einen L. Da stellen sie auch eine Verengung her in ihrem Artikulationsapparat. Die ist aber nicht so eng, dass ein Reibegeräusch entsteht. Wie bei Ch, Ch, J und so weiter. Sondern eben L. Sie merken, da ist die Zunge vorne am Zahndamm und dann läuft die Luft so links und rechts ab. Aber das ist nicht so eng, dass sich da ein Reibegeräusch bildet. Das gleiche mit Reibegeräusch gäbe es im Balisischen zum Beispiel. Chlandarok, das ist der Name dieser Stadt. Da wird das Ch gesprochen. Das ist der Frikativ an derselben Stelle. Maus und Baum, Nase und Kinn, Ring, gibt es nicht am Wortanfang. Ni, Ning oder sowas kann es im Deutschen nicht geben. Das sind die sogenannten Nasale. Da passiert etwas ganz Interessantes. Nämlich der weiche Teil vom Gaumen hinten senkt sich ab, schließt den Mundraum ab und dann läuft die Luft durch die Nase ab. Und zusätzlich stellen sie dann noch eine Verengung irgendwo im Mundraum her. Und dadurch verändert sich der Klang. Sie merken, dass sie können ja diese Laute auch länger anhalten. Also, mh, mh. Wenn sie dabei die Nase zuhalten, passen sie auf, wenn sie empfindlich sind mit ihren Ohren, da kann es auch mal knacken. Wenn sie dabei ihre Nase zuhalten, dann geht das nicht. Dann ist plötzlich Schluss, weil die Luft nicht mehr raus kann. Weil bei diesen Lauten die Luft, deswegen heißen die Nasale, durch die Nase abfließt. Das war jetzt der Schnelldurchgang durch die Konsonanten. Jetzt kommen wir zu den Vokalen. Da haben wir hier jeweils hervorgehoben. Tier, Tür, Gut, Wenig, Flöte, Hose, Käme, Bad. Achten Sie jeweils auf den Klang und sprechen Sie es nach und überlegen Sie, was Sie da genau machen mit Ihrer Zunge. Kind, Mündel, Bus. Die sind jetzt grundsätzlich anders als die oberen. Kämme, Können, Schock, Tanne, Sei, Pfau, Heu. Da haben wir noch was anderes. Das sind auch Vokale, aber Sie sehen schon, die sind ein bisschen anders. Und Tüte, Besonders, Ehe. Da geht es hier in Tüte um das I, Besonders und Ehe. Da geht es jeweils um dieses I. Das sind im Wesentlichen alle Arten von Vokalen, die Sie im Deutschen haben. Die Frage ist, wie wir das ordnen, wie wir das sortieren. Und da ist auch erstmal der beste Ratgeber das Gehör. Tier, Kind. Hören Sie das? Das ist nicht einfach nur lang und kurz. Genauso wie in Hose, Schock. Das ist nicht einfach nur dasselbe in einmal länger und einmal kürzer. Und wir werden uns die Vokale dann nochmal gezielt ansehen, wenn es um die Artikulationsorte geht. Von der Artikulationsart her haben Sie bei allen diesen Lauten, aber im Prinzip keine Verengung. Sie machen einfach den Artikulationsapparat auf und bewegen typischerweise die Zunge und ihre Lippen an bestimmte Stellen. Sie formen Lippen und Zunge auf eine bestimmte Weise. Und das erzeugt diese verschiedenen Vokale. Das waren aber jetzt alle Artikulationsarten. Bei den Vokalen haben wir nur eine Art. Die bilden typischerweise Silben. Das sehen wir dann auch noch, wenn wir über Silben sprechen. Und bei den Konsonanten haben wir verschiedene Arten gesehen. Wir haben Approximanten, Nasale, Frikative, Afrikaten und Plosive gesehen. Man unterteilt diese auch nochmal in sogenannte Geräuschlaute und Klanglaute, Sonoranten und Obstruenten. Das spielt dann durchaus eine Rolle, auch bei der Beschreibung der Phonologie des Deutschen. Und wir kommen jetzt noch zu den Artikulationsorten. Also jetzt haben wir erstmal besprochen, wie werden die verschiedenen Arten von Konsonanten und Vokalen artikuliert. Jetzt kommen wir zu den Orten. Konsonanten und Vokale werden an verschiedenen Orten artikuliert. Pappe, Birne, Mulch. Es geht hier was um den ersten Laut in diesen Wörtern. Das sind sogenannte Bilaviale. Sie benutzen beide Lippen. Pappe, das ist Plosiv. Da stellen sie mit beiden Lippen einen Verschluss her. Der wird gelöst und es knallt. P-P-Pappe. Also Birne ist dasselbe in Stimmhaft. Mulch, das ist nasal. Da legen sie beide Lippen aufeinander und dann geht der Stimmton an. Die Luft entweicht über die Nase und so weiter. Aber sie benutzen beide Lippen, um den spezifischen Klang dieses Konsonanten, dieses bilabialen Konsonanten herzustellen. Fahne, Witz, Pfusch. Und ich artikuliere extra etwas übertrieben, damit sie es vielleicht auch sehen. Das sind sogenannte Labiodentale. Also sie nehmen ihre Unterlippe und ihre obere Zahnreihe, um diese Laute zu artikulieren. Das sind die Artikulationsorte. Traum, Dort, Mist, Sing, Zunder, Luft, Noch. Das ist eine ganze Menge. Diese werden alle am Zahndamm, also dieser Stufe hinter den Zähnen, artikuliert. Probieren sie es aus, sagen sie Traum und überlegen sie, wo bei dem T ihre Zunge ist. Traum, Dort, Mist. Wo ist ihre Zunge bei dem S? An dem Zahndamm, an dieser Stufe hinter den Zähnen. Genauso Zunder, Luft, Noch. Busch und Tschechisch. Da haben wir jetzt Palatoalveolare, das ist einfach ein Stück hinten. Sie merken, wir gehen von vorne nach hinten durch den Mundraum. Wir haben bei den Lippen angefangen, dann Lippenzähne, dann Zahndamm. Jetzt sind wir hinterm Zahndamm. Schlecht, Junge. Da sind wir jetzt oben am harten Gaumen. Der Zungenrücken geht an den harten Gaumen und artikuliert diese Laute. Das sind sogenannte Palatale. Und Sie sehen schon, wir haben nicht überall zum Beispiel Plosive oder Nasale. Am harten Gaumen haben wir nur diese beiden Frikative. Sch und J, wenn Sie J überhaupt haben, in Ihrer Variante des Deutschen. Wir haben nicht überall, nicht an allen Orten, alle Artikulationsarten vertreten. Wir schauen uns an Rockgabe, Klinge. Da sind wir noch ein Stück weiter hinten, nämlich bei den Velaren. Wir sind am weichen Gaumen. Das ist an diesem weichen Stück hinten, hinter dem harten Gaumen. N, K, G, Wach, Rütteln. Das ist noch ein Stück weiter hinten. Das ist dann am Zäpfchen. Das sind sogenannte Uvulare. Das ist nicht an derselben Stelle wie K und G. Das wäre dann nämlich Wach und Rütteln. Ja, und schließlich sind wir dann ganz hinten angekommen. Das geht dann auch nach unten, nämlich in den Kehlkopf mit Hoch. Merken Sie das? Das H. Das ist eigentlich ein Reibegeräusch direkt im Kehlkopf. Und dieser eine Plosiv, von dem ich schon gesprochen habe, den wir nicht schreiben und dessen wir uns oft nicht bewusst sind, der ist auch tatsächlich eine Artikulation an den Stimmlippen im Kehlkopf offen. Offen. Das sind die sogenannten Laryngale, weil der Kehlkopf eben fachsprachlich Larynx heißt. Damit haben Sie jetzt die Artikulationsarten inklusive der Unterscheidung zwischen stimmlos und stimmhaft und die Orte, die Sie für das gesamte Konsonantensystem des Deutschen brauchen. Mehr Konsonanten haben wir im Standarddeutschen nicht. Das Standarddeutsche ist natürlich jetzt auch nichts, was ein für alle Mal und für alle Sprecher im deutschen Sprachraum definiert wurde. Insofern gibt es da natürlich Abweichungen. Das, was ich Ihnen jetzt erzähle, entspricht so ungefähr dem Tagesschau-Standard. Bei den Artikulationsorten der Vokale wird es jetzt etwas schwieriger, denn das können wir nicht so gut festmachen. Wir haben nicht so eine Stelle, wo wir sagen können, da geht die Zunge hin oder da geht der Zungenrücken hin oder die Zungenspitze und so weiter und so weiter. Und da wird dann artikuliert. Bei den Vokalen ist es vielmehr so, dass sich ihre Zunge so nach vorne und nach hinten und nach oben und nach unten bewegt und dabei aber sich in ganz verschiedene Formen auch legt. Diese Terminologie vorne, hinten, oben, unten oder eben hoch, tief, die suggeriert immer, die Zunge sei ein Brett, was sich so durch einen abstrakten Mund bewegt. So ist das jetzt nicht. Im Prinzip stimmt es aber schon, dass bei bestimmten Lauten die Zunge weiter vorne oder weiter hinten ist oder eben weiter oben, hoch oder weiter unten, tief. I, Ü, das sind die beiden hier. Und das ist jetzt schon die korrekte Umschrift in IPA. I, Ü sind ganz vorne, ganz oben. Und wenn Sie das selber machen, dann werden Sie feststellen, das kann man nachvollziehen, vor allem im Vergleich zu U. I, U, U ist ziemlich weit oben, genauso weit oben im Grunde wie I, Ü, nur ganz weit hinten. I, Ü, wenn Sie das machen, müssen Sie die Zunge zurückziehen. E, Ü sind so wie I, Ü, nur etwas offener, etwas weiter unten, also der Mund ist offener. Ä, Ö, die klingen auch gleich so komisch. Dann haben wir hier A, O, O, da waren wir eben schon beim U. Jetzt bin ich einmal außen rumgegangen und habe das in der Mitte unterschlagen. Das hier wäre I, Ü, wie in Bitten und Büttel, verglichen mit Bieten und Büßen. I, Ü, Ü, Ü. Die hier sind nicht nur irgendwie die, die typischerweise kurz gesprochen werden, sondern die werden auch so ein bisschen zurückgenommen. Also die sind von der Qualität, das habe ich Ihnen ganz am Anfang gesagt, eben auch anders. Es ist nicht einfach nur so, dass in Bieten und Bitten das I länger und kürzer ist, sondern wir ziehen die Zunge auch ein bisschen zurück und nach unten bei dem kurzen I. Das setzt sich so fort. Das ist hier Bus verglichen mit Buße, Buße, Bus. Oh, hier, das ist der Unterschied zwischen Ofen, Ofen und Offen. Auch da geht die Zunge etwas weiter nach unten, der Mund geht auf. Das können wir jetzt unmöglich alles üben in so einer Vorlesung. Wir werden da auch noch immer wieder drauf zurückkommen, denn wir werden sprechen müssen darüber, wie diese Vokale in unserer Schrift kodiert werden. Und da sehen wir, das folgt einer ganz bestimmten Logik. Dieser Laut hier ist das sogenannte Schwa, der einzige Laut mit einem eigenen Namen. Es handelt sich um einen Vokal, der in jeder Hinsicht zentral ist. Er ist also ziemlich genau auf der Mitte und im Zentrum dieses sogenannten Vokaltrapezes. Es ist äh, wie in Tüte und beanstanden, b. Das ist ein ganz auch in seiner Funktion zentraler Laut im Deutschen. Auf den werden wir noch mehrmals zurückkommen. Merken Sie sich, das schwa. In diesem Rahmen ist es auch wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir uns jetzt einige Besonderheiten der Phonetik des Deutschen anschauen. Ganz viel davon hat dann eigentlich mit Phonologie zu tun, wie wir nächste Woche sehen werden. Aber wenn wir jetzt einfach nur transkribieren wollten, wir wollten die eingeführten Zeichen verwenden und das Wissen darum, was sie kodieren, also welche Artikulationsorte und Arten, dann müssten wir einige Dinge beachten. Schauen wir uns an, was ich meine. Wir haben die sogenannte Auslautverhärtung oder Entranddesonorisierung. Wir schauen uns die Wörter an. Weg, Weg und Weges, wie in des Weges. Wir könnten noch Wegen nehmen zum Beispiel. Sie sehen hier die Transkription weg im Gegensatz zu Weg und Weges. Es geht aber gar nicht so sehr um das offene und das geschlossene E, sondern um das K und das G jeweils hier. Was wir jetzt hier haben, ist einmal ein CK und dann hier tatsächlich ein G und hier wieder ein G. Das sind ja zwei Formen des selben Wortes. Der Punkt ist aber, dass einmal hier Weg, das tatsächlich wie ein K gesprochen wird, und hier G wie ein G. Das liegt jetzt daran, dass hier dieses G am Ende des Wortes landet, am Ende einer Silbe. Dann verliert es den Stimmton. Niemand sagt Wege. Der Weg ist schwer. Das sagt niemand. Weg. Da können Sie das G und das K nicht unterscheiden. Wenn Sie jetzt natürlich transkribieren wollen, wie es ausgesprochen wird, dann müssen Sie hier ein K transkribieren. Das gleiche haben wir hier in Bart, Bart und Bades. Wenn man Ihnen nicht das Schriftbild dazu zeigt, können Sie, ich bat Ihnen ins Bad. Das können Sie nicht voneinander unterscheiden. Wenn aber dann wie in einem Wort wie Bart das Ganze eben nicht mehr am Ende einer Silbe landet, so wie in Bades, dann sind zumindest bei bestimmten Wörtern diese Konsonanten plötzlich wieder stimmhaft. Und das wirkt sich eben auf die Transkription aus. Bart, Bades. Und da sehen Sie übrigens auch das Schwa. Flop, Lob, Lobes. Lob. Da haben Sie dasselbe. Im Entrand, in der Coda, am Ende einer Silbe verlieren bestimmte Konsonanten des Deutschen ihren Stimmton. Einen Punkt haben wir letzte Woche schon angesprochen. Sie erinnern sich, wann darf ich wie spielen? Da hatte das Kind spielen, ohne E hinten. Nicht spielen, sondern spielen. Geschrieben oder transkribiert, je nachdem. Und wenn Sie sich das mal anhören. Laufen, laufen. Haben, haben. Kriegen, kriegen. Rotem, rotem. Bündel, Bündel. Sie können das im Grunde so oder so machen. Die meisten Sprecher haben hier tatsächlich kein Schwa, kein Ö. Also Sie haben nicht diese Variante, laufen, haben, sondern der Nasal wird direkt an den Konsonanten davor angehängt. Und dann haben Sie da tatsächlich Silben, in denen phonetisch zumindest kein Vokal mehr ist, sondern einfach nur ein sogenannter silbischer Nasal, ein Nasal, der silbenbildend wirkt. Lau, fn, dm, dm, tm, dll. Nicht nur Nasale, sondern eben auch hier Liquiden. Die Silbe ist dann dll, bündel. Wenn Sie das jetzt grauenhaft finden, dann sprechen Sie es halt so aus. Bündel, rotem. Achten Sie mal drauf, ob Sie das wirklich tun. Was wir gerade schon gesehen haben, war ein R in rotem und so weiter. R's geschrieben entsprechen ja nicht immer einem R im Sinne von rr oder rr, je nachdem, wo Sie herkommen. Tier, Tür, Kirche, Bürde, nur, Bursche, der, Stör, Chor, Gern, Börse, Korn, Bar, Knarr. Merken Sie das? Da ist nirgendwo ein R. Niemand sagt im Standard Bursche, Chor, Gern, Börse, Korn, Bar. Das sagen vielleicht manche, manche behaupten auch, sie sagen es und tun es dann nicht. Das ist die normale Standardrealisierung, so wird es auch in der Tagesschau ausgesprochen. Und da wird das R, zumindest das geschriebene R, zu einem Vokal. Und zwar entweder zu A oder Ö. Da sprechen wir noch drüber, wann was kommt. Achten Sie auf jeden Fall darauf, wenn Sie transkribieren, dass Sie da nicht aus Versehen ein R notieren. Und damit sind wir schon am Ende mit dem kleinen Phonetik-Überblick. Wie gesagt, wenn Sie das zum ersten Mal hören, ist das ein bisschen schnell. Das ist eigentlich eher als Wiederholung gedacht. Die Wiederholung geht nächste Woche weiter. Denn wir müssen jetzt überlegen, was diese phonetischen Laute eigentlich für einen Stellenwert haben, wenn wir uns das Ganze als System anschauen. Das war jetzt jedenfalls letztlich nur die Aussprache des Deutschen. Nächste Woche geht es darum, wie das grammatische System sich mit den Lauten auseinandersetzt. Die Phonologie. Und bis dahin, vielen Dank. Ich hoffe, Sie sind nächste Woche wieder dabei.